Wussten Sie eigentlich, dass Sie bei uns auch Ihre eigene Bier-Rarität brauen können? Nein? Na dann tauchen Sie doch für einige Stunden ab in die Welt der Faustbierbrauer. Im gemütlichen Ambiente, hoch über den Dächern von Miltenberg, lernen Sie in unserer kleinen Kreativbrauerei, wie man sein eigenes Bier herstellt. Angefangen mit den theoretischen Grundlagen, weiter über das Schroben des Malzes, Auswahl des Opfens, dem Maischen und der Kochende Würze, bis hin zum Beginn des Gärprozesses. Alles wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt und Sie können gleich mit Hand anlegen. Freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Tag und auf das, was nach etwa vier Wochen Reifezeit zur Abholung bereitsteht. Ihr eigenes Bier. Jetzt anmelden und mitmachen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Brauhaus in Miltenberg. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.